Auf geht's Alles sollte voll-speed werden, obwohl ich ein wenig veröffentlicht habe. Alles sollte voll-speed werden. Ich habe wieder verlassen. Das IT-Metal könnte etwas schwer sein. Ich glaube, alles ist voll-speed. Ja, es sollte voll-speed werden. Ich habe zwei Mal verlassen, aber es sollte eigentlich alles voll-speed sein. Die AT-Metal ist 37,89. Was habe ich denn? Ja, also sehr knapp. So, AT-Metal ist 37,895. Also sehr knapp. Ich war nicht voll-speed. Aber es ist... Ja. Ja, ein schöner Track. Thumbs-up. Vielleicht nicht mein Favorit, aber ein sehr schöner Track. Also wird wahrscheinlich nicht mein Favorit werden. Aber... Kann man ein bisschen hunten, denke ich. I'm gonna hunt this a little bit. Again. Und ja. 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 Vielen Dank.